In gerade mal eineinhalb Monaten stellt Apple das iPhone 7 vor und es stellt sich natürlich die Frage, was kann das Ding? Es gab schon etliche Gerüchte, doch wir stellen uns heute trotzdem die Frage, was wissen wir? Wissen wir überhaupt irgendwas? Nun, heute finden wir es gemeinsam heraus. Ja, das Design wird höchstwahrscheinlich ziemlich gleich bleiben. Wir werden wahrscheinlich nur umgestaltete Antennenstreifen sehen, was zwar besser aussieht, aber halt nicht krass. Geil oder so, was wir eigentlich irgendwie von Apple erwartet haben. Gleichzeitig wird wahrscheinlich die Kamera größer werden, also der Hügel von der Kamera, was natürlich mit einer besseren Kamera zusammenhängt. Schade ist halt einfach, obwohl die Displays gut sind, dass sie wahrscheinlich die gleichen bleiben werden und eben auch diese ziemlich fetten Displayränder, die wir jetzt schon für drei Jahre dann haben. Also das ist nicht ganz so cool. Außerdem wird höchstwahrscheinlich der Klinkestecker wegfallen, was natürlich auch nicht ganz so cool ist. Aber Apple wird diesen Schritt gehen, weil nur Apple diesen Schritt gehen kann und andere Hersteller halt irgendwann dann auch nachziehen werden, denke ich. Trotzdem schade, weil so viele Bluetooth-Kopfhörer gibt es einfach noch nicht. Ich werde es nicht so toll finden. Außerdem wird es mehr Speicher geben. 256 GB ist wahrscheinlich die maximale Konfiguration und die kleinste wird jetzt 32 GB sein, was doch ein Grund zur Freude ist. Natürlich sehen wir einen stärkeren Prozessor und auch mehr Arbeitsspeicher beim Pro-Modell vielleicht, also mit drei Gigabyte. Das sind so Standardsachen und auch der Akku soll ein bisschen größer werden. Aber es gibt auch ein paar Sachen, wo noch nicht ganz sicher sind, wie zum Beispiel ein Taptic-Feedback-Home-Button, also dass der gar nicht klickt, sondern nur so tut, als würde er klicken, wie das Trackpad vom neuen MacBook. Außerdem gilt als ziemlich sicher, dass es ein True-Tone-Display geben wird. Ich feiere das jetzt nicht ganz so, aber okay, es wird eines geben und ich bin mal gespannt, wie sich das halt im Alltag auswirkt. Beim Pro-Modell ist anscheinend auch ziemlich sicher, was jetzt Pro und nicht mehr Plus heißt, dass es eben eine Dual-Kamera hat. Was diese Dual-Kamera kann, ist halt die Frage. Meine Theorie zur Dual-Kamera ist ja, dass es eine Zoom-Kamera und eine normale Kamera ist. Und dass dann diese Zoom-Kamera auch als zusätzliches Feature noch hat, da sich praktisch schärfere Bilder aufnimmt, in die man tiefer reinzoomen kann. Das könnte ich mir vorstellen. Alles andere ist irgendwie nicht so wirklich Apple-like. Eventuell gibt es beim Pro-Modell außerdem noch einen Smart-Connector für Battery-Cases oder so. Fände ich jetzt nicht schlecht, aber auch nicht krass revolutionär. Und natürlich, die ganze Kiste wird um eine gute Ecke teurer. Höchstwahrscheinlich wird das teuerste iPhone so 1200 bis 1300 Euro kosten, was halt echt lächerlich viel Geld ist. Tim Cook hat ja mal im Interview gesagt, dass er findet, dass in dem neuen iPhone richtig viele Funktionen drin sein werden, ohne die man gar nicht mehr leben kann. Und man schon beruhigt sein kann und den Gerüchten nicht unbedingt glauben muss, wenn man denkt, dass da nichts Revolutionäres drinsteckt. Aber ich habe da so ein bisschen meine Zweifel. Denn ganz ehrlich, ein drittes Jahr dieselbe Gehäuse-Generation mit dicken Display-Rennern und allem. Ich freue mich nicht so wirklich drauf. Im Endeffekt glaube ich einfach, es wird nicht ein extrem krasses Upgrade. Das nächste iPhone, also vielleicht iPhone 8 schon, wird bestimmt deutlich cooler. Aber die Sache ist halt einfach, es ist Apple, vielleicht machen sie noch was. Ich persönlich glaube es nicht. Es wird richtig teuer werden. Ich werde es vielleicht trotzdem testen. Schreibt mir mal unten in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und dann sehen wir uns bald wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao.